ab geht die Post zurück und damit meine ich los geht's beim Surfen herzlich willkommen zurück wir werden jetzt ein bisschen illus ne planlos durch die Gegend irren und nicht illus durch die Gegend planen naja auf jeden Fall werden wir Zeit verträgeln und das nicht so knapp also los geht's wir müssen ja jetzt nun nach rechts kommen auf die andere Spur hier das Meer ist in dieser Stelle sehr tief möchte ich den Tauch reinsetzen so dann verfahren wir uns auf jeden Fall schon mal nicht mehr oh ich mag den Soundtrack ey ich mag ihn richtig gerne ich weiß gar nicht wie das hier mit wilden Pokémon kämpfen war war auf jeden Fall haben wir jetzt noch keine gehabt oh was ist das denn Tiefseeforschungsboot 1 steht auf der Außenhalle das ist das U-Boot das Team Aqua in Graphicport City gestungen hat Team Aqua muss also hier in Land gegangen sein ja das scheint logisch ja dann tauchen wir mal auf was so ab in die Höhle ok wie geht das hier los ich weiß nicht ganz genau wir rennen glaube ich einfach mal ein bisschen krach auf so so Zertum reinsetzen Stärke ja und jetzt kommt hier das Zusammenspiel meiner Pokémon zum Tragen jetzt gesehen man kann das jetzt rechts hoch kann es aber auch nicht lassen ich weiß nicht wirklich wo ich lange soll das ist so im Endeffekt egal das ist egal ich weiß nicht Shks соответs sch sj хотя ich weiß nicht einfach Oh mein Gott... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ja, jetzt verstehe ich halt wirklich. Ja, gut, ich verstehe. Auf jeden Fall jetzt. Ja, das tut mir gerade leid. Oh, das ist sehr gut. Ich habe das ja überall drauf. Ich musste gerade ein bisschen zu rekonstruieren. Und zwar, wie ich denn jetzt eigentlich durch diese Hülle hier ein bisschen durchkomme. Das weiß ich jetzt aber. Und deshalb kann es jetzt auch gleich Lux geben. So richtig Action. Lass ich starten hier. Und ja. Alles klar, was? Wir hauen uns jetzt hier erstmal durch die Ruckel durch. Oh, das ist Telefon. Aber ich gehe jetzt da ja nicht fahren. Na ja, wie kann ich das denn jetzt machen? So. Oh, das ist so cool. Oh nein. Oh Mann. Oh, das ist so cool. Oh, ich wollte einen Doppelkampf. Oh das ist scheiße. extra deshalb bin ich doch hier umgelaufen oh mann ja scheiße warum oh god das sagt doch einfach lädt mich doch am Arsch ist das dumm boah 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 ich brauch einfach nur Zeit die wir nicht haben was meinst du bist du so was meinst du bist du so 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 im Alter des Gronik aus dem Ende des Kindes für uns arbeiten aber jetzt kann ich dir die Sachen gehen zu tun stehen um unseren Traum Wirklichkeit werden zu lassen brauchen die Kraft von Pokémon aber Nerven singen wie du nutzen die Kraft der Pokémon aus um selbst an Orten wie diesen allen auf den Kipps zu gehen das Leben funktioniert einfach nicht so weiter Digger Alter so okay er will auf die Frisse kann er bekommen ja wir können so machen so so heidu machen nein alles klärschen so du benutzt jetzt mal genau Galewa ist halt die Erste und Galewa ist jetzt auch zu heidu und du mein Kunkenschwung unterher falls es nicht auch nicht warum wie das ausgehen soll ich hoffe mal wie wäre wünschen auswert so äh ja ich habe keinen Plan ich habe keinen Plan mit und geschickt so okay Ja, 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 ich weiß bescheid, okay. Ich weiß bescheid. Was geht's? Ähm, ja, was benutzt ihr? Ihr seid, glaub ich, keine Wirkung. Und Donder ist das, glaub ich, am wirkungsvollsten. Hm, ah, ne, angebei, scherz. Hm, noch ne, angebei? Ich weiß gar nicht, zurecht. Hm, ne, okay, das wollte ich machen. So. Okay, alles klappt. aber wenn sie kommen verwirrt paralysiert trotzdem nie 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 so kann er denn jetzt werden wird nur zusammen so alter Sack so, komm schon, das muss was werden na komm schon na komm schon, Utenso du musst treffen, ja? scheiß jetzt nicht, auch noch keine Boah hmmm hmmm oh Gott ach Gottchen trotzdem, er schubbe halt drauf, du kommst aaah er schubbe ist so geil, oh Gott hmmm auch so zwei Wochen schönes 9 dass er eigentlich ist das ging der Zeitz Prozent Ahhhh. Ich glaube sie fällt mir das selber rein. Gut, dann wechsle ich sie jetzt mal aus. So, da kann man wohl, yeah. Die beiden Schwächsten müssen auch mal ein bisschen Ton hier sein. Äh, werden. Ja, dann haben wir jetzt... Nice. Auf damit hier. Und das war's, yeah. Auf jeden Fall war es das mit Golbert. Und damit hat sich glaube ich gar selbst umgebracht, oder? Ja. So, Kameru hat irgendwie ein bisschen Damage gefressen und... Nein, hat sich selbst umgebracht. Alles klar. Was nicht alles gibt. So, wie geht's jetzt hier weiter? Oh. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Gut, hier mache ich mal kurz einen Break und... ...mach mit ein paar Notizen, wie ich das dann am besten lösen werde. Äh, ja. Wäre glaube ich ganz klug, oder? Bis gleich. Ich mach mir Notizen. So, ich denke ich weiß jetzt wie ich das mache. Ich zeig's euch. Äh, erstmal schieben wir den in der Mitte hier ein bisschen hoch. So, die an der Seite, dann zur Seite. Den auch. Hier gehen wir nach oben. Die hier auch. Und dann den. So. Fertig. Was uns hier in der TCU Hülle jetzt allerdings erwartet, das zeige ich euch nächste Folge. Hehehehe. Bis dann. Euer Flunky. Bis dann.